Also, pass auf, im Wald hocket zwei Papageie, ober im Baum sagt der einen Papagei zum anderen Papagei. So, sag einmal, du sitzt jetzt schon den ganzen Tag da, was machst denn du eigentlich? Ja, ich hock halt da, klotz blöd, mach nix. Oh, das klingt interessant, darf ich, wenn du mitmachst? Ja, ja, bleib da. Da hock ich dich zu zweit da oben, klotz so blöd, mach nix. Kommt ohne Haas vorbeikoppelt, so, jetzt hock ich jetzt wieder oben. Ja, mit klotz so blöd, mach nix. Oh, das ist ja geil, kann ich mitmach. Ja, ja, bleib da. Da hock ich dich zu dritt da, klotz so blöd, mach nix. Kommt der Fuchs vorbei? Hock sie nebenan, sagt, das haben wir ja drei. Was macht denn hier eigentlich? Ja, mit klotz so blöd, mach nix. Boah, super, darf ich ein wenig mitmach? So, ja, ja, mach nix mit. Hock ich dich zu viert da, klotz so blöd, mach nix. Kommt der Bär vorbei? Frisst den Fuchs? Frisst den Haas? Sucht der eine Papagei zum anderen Papagei? Da guck ich. Blöd klotz so nix macht, kannst du nur in gehobener Position. Das ist ja voll. Da guck ich. Applaus Vielen Dank.